Hallo YouTube! Hälften sind geil. Halbe Hausaufgaben sind geil, ein halber Tag frei ist geil, eine halbe Million Euro sind geil, halbe Sätze. Und was die Physiker natürlich besonders mögen, sind Halbwertszeiten. Halbwertszeiten sind die Zeiten, ab denen eine bestimmte Größe auf die Hälfte gefallen ist. Und ich sage eine bestimmte Größe, weil da gibt es nämlich ziemlich viele. Die meisten dieser Größen sind im Zusammenhang mit Radioaktivität. Und man guckt sich diese Halbwertszeiten meistens über die Zeit, wer hätte es gedacht, bei Halbwertszeiten, meistens über die Zeit an. Und da gibt es jetzt einige Größen, die man sich angucken kann. Das ist zum Beispiel die Zählrate, die Anzahl der Kerne oder die Aktivität. Das sind so die drei häufigsten Größen. Ich werde die alle mal nacheinander kurz erklären. Das heißt, die Zählrate Z ist, wie oft ein Geigerzähler klickt. Das heißt, dass es wie oft ein Messgerät zum Beispiel etwas feststellt. Generell ist es eigentlich nur eine Anzahl von Ereignissen. In diesem Fall wäre es jetzt der Geigerzähler, Geiger-Müller-Zähler, über den ich auch noch ein Video machen werde. Ich kühlte jetzt Müll aber eben ab, weil ich sonst das Video um 20 Minuten verlängere und das wäre nicht so schön. Dann, zu dem Z gibt es natürlich auch noch das N. Und das N ist die Anzahl der Kerne. Das heißt, wenn man vorher 2 mal 10 hoch 23 Kerne von Blei hat und danach nur noch 1 mal 10 hoch 23 Kerne von Blei, dann ist die Anzahl der Kerne um die Hälfte gesunken. Und genau das würde man dann als Halbwertszeit bezeichnen, die Zeit, in der das passiert ist. Und zusätzlich gibt es natürlich auch noch die Aktivität. Die Aktivität ist, wie oft ein, oder die Geschwindigkeit des Zerfalls, wie oft ein Kern sozusagen zerfällt. Oder eine Menge von Kern zerfällt. Das heißt, es ist sozusagen einfach die Anzahl pro Zeit. Aber man muss aufpassen, denn Anzahl pro Zeit, hört sich jetzt ziemlich leicht an, ist aber nicht ganz so einfach. Denn das ist in Wahrheit die Ableitung. Die hatten wir mal mit so einem kleinen d beschrieben. Die Ableitung von der Anzahl nach der Zeit. Das heißt, in Formel wäre das dn durch dt. Und um das Ganze noch ein bisschen zu verkomplizieren, ist es auch noch minus die Ableitung davon. Aber man kann sich so generell merken, es ist die Geschwindigkeit des Zerfalls. Und wenn die Aktivität eines Stoffs abnimmt, das heißt, wie oft da Kerne verschwinden, dann ist ein Stoff auch weniger gefährlich. Und wir gucken uns generell mal einen Kurvenverlauf an. Und ein Kurvenverlauf sieht generell ungefähr so aus. Wow, da hat man ein bisschen gezittert, aber ungefähr so sieht ein Kurvenverlauf aus. Der Kurvenverlauf hat hier vorne einen bestimmten Punkt, einen bestimmten Anfangswert. Und den Anfangswert an der Zeit t gleich 0 oder t0, für Physiker auch kurzgeschrieben, nennt man n0. Einfach die Anzahl n0. Beziehungsweise entsprechend z0 oder a0. Je nachdem, welche Größe man sich anguckt. Es gibt mehrere Größen zur Auswahl. Ich habe hier mal drei aufgelistet. Die drei wichtigsten. Und dann passiert etwas Besonderes, denn es vergeht Zeit. Und nach und nach und nach gehen immer mehr Kerne drauf. Das heißt, es sind nur noch weniger da, die noch strahlen können. Das heißt, sowohl die Anzahl der Kerne selbst sinkt, als auch die Aktivität der ganzen Probe. Und wenn die Aktivität der Probe sinkt, sinkt auch das, was wir messen können mit dem Geiger-Müller-Zähler. Das heißt natürlich, dass wir irgendwann die Hälfte erreichen. Die schreibe ich mal hier hin. Das hier ist die Hälfte von dem Anfangswert. Und die wird nach irgendeiner Zeit erreicht. Und diese Zeit ist wichtig. Die mache ich sogar mal in einer anderen Farbe zur Feier des Tages. Das ist die Halbwertszeit. T1,5. Großes T, weil es eine klar definierte Zeit ist. Genauso wie die Umlaufzeit. Und dann ein kleines 1,5 für Halbwertszeit. Da steckt das Halb schon drin. Und wenn die Halbwertszeit jetzt normal vergeht, dann ist die Hälfte von dem, was vorher da war, erreicht. Das heißt, die Hälfte von der Hälfte. Das heißt, es wäre ungefähr so viel. Ich hoffe mal, ich habe es ganz okay eingezeichnet. Das wäre nochmal die Hälfte davon. Das heißt, die Hälfte von der Hälfte ist ein Viertel. Und nach noch einer Halbwertszeit ist es sogar nur noch ein Achtel. Und nach noch einer Halbwertszeit ist es nur noch ein Sechzehntel. Und man merkt schon, es halbiert sich für jede Halbwertszeit noch einmal. Und das ist schon die grundsätzliche Idee. Und deswegen ist das Thema auch gar nicht so schwer. Man muss nur diese Idee im Kopf behalten, dass sich für jede Halbwertszeit das Ganze hier halbiert. Dann kann man nämlich auch schön leicht eine Formel aufstellen. Ich werde sie jetzt beispielhaft für die Anzahl der Kerne aufstellen. Die Anzahl der Kerne in Abhängigkeit von der Zeit, mehr heißt es in Klammern T nicht, ist gleich die Anfangskerne. So würde das aussehen, wenn das die ganze Zeit konstant wäre. Jetzt nimmt das aber ab. Das heißt, nach einer bestimmten Zeit ist es die Hälfte. Und jetzt, jetzt kommen Physiker und Mathematiker ans Spiel und die sehen an diesem Verlauf hier und nach anderen Techniken, die wir auch noch besprechen werden, sehen die, dass das Ganze exponentiell verläuft. Das heißt, bei diesem 1,5 hier steht jetzt ein Hoch irgendwas. In diesem Fall ist es Hoch die Zeit. Jetzt gibt es aber ein Problem. Was ist ein Halbhochsekunde? Erstens hat die Einheit noch nie jemand rausgefunden und zweitens ist es kompletter Schwachsinn. Man kann nicht etwas Hochsekunde rechnen. Aber wir können was anderes machen. Wir können diese Zeit hier nochmal durch eine Halbwertszeit teilen. Und dann sehen wir was Unglaubliches. Die Formel hier funktioniert nämlich. Wenn wir da t gleich 0 einsetzen, dann haben wir ein Halbhoch 0. Und ein Halbhoch 0 ist 1. Das heißt, mit dem Faktor 1 haben wir es dann da. Das heißt, wir haben noch die volle Anzahl an Kernen. Wenn wir da t gleich t1,5 einsetzen, müssen wir einfach mal darauf hoffen, dass durch unsere Formel rauskommt, dass nur noch die Hälfte der Kerne da ist. Denn das war ja unsere eigentlich Definition. Wenn wir t1,5 da oben jetzt einsetzen, dann steht da t1,5 durch t1,5. Das heißt, 1. Das heißt, da steht 1,5 in den Klammern hoch 1. Wenn wir etwas hoch 1 nehmen, dann ist es einfach das, was da drin stand. Das heißt, es ist nur 1,5. Es ist genau richtig. Das Ganze können wir auch für mehrere t-einhalten. Zum Beispiel für 2t1,5. Da, wo es auf die Hälfte von der Hälfte gefallen ist. Das heißt, auf dem Viertel. Wenn wir das da oben einsetzen, dann kürzen sich die t1,5 wieder raus. Ich mache das mal eben kurz beispielhaft. Das heißt, da steht dann n0 mal 1,5 in den Klammern hoch 2t1,5 durch 1t1,5. Und die beiden t1,5 kürzen sich raus. Das heißt, da bleibt nur das hoch 2 stehen. Und wenn es auf hoch 2 stehen bleibt, ein halb hoch 2, ist genau das Viertel, was wir suchen. Es wird genau geviertelt. Und zwar ein Viertel von oder mal n0. Nicht vergessen, ein Viertel von der Anfangszahl. Aber Physiker wären nicht Physiker, wenn sie sich nicht denken würden, dass diese Formel hier zu einfach wäre. Und deswegen denken sich die Physiker, das können wir auch umschreiben und das Ganze mal ein bisschen verkomplizieren. Das heißt, wir schreiben das Ganze jetzt mal nicht mit 1,5 dahin, sondern als E-Funktion. Weil E-Funktionen sind in der Physik was Besonderes. Sie sind besonders schön. Das heißt, da wird ein E hochgeschrieben. Und jetzt kann man schöne Logarithmus-Gesetze anwenden. Ich mache das mal eben ganz kurz. Das ist ein Logarithmus-Gesetz, was ich angewendet habe. Wenn man diese Zahl hier in Exponenten packen will, muss man davon erstmal den Logarithmus nehmen. Das heißt, daraus wird dann der Logarithmus von 1,5. Der Logarithmus von 1,5 kann man umformen zu Minus Logarithmus von 2. Das Ganze werde ich nochmal in einem extra Video erklären zum Mathe. Aber das kann noch ein bisschen dauern. Wenn ihr das früher haben wollt, weil ihr es nicht versteht, dann schreibe ich einfach an in den Kommentaren oder auf meinem Channel oder irgendwie. Ich werde das Video freiwillig aufnehmen und ihr macht mir damit keine Last oder so, sondern schreibt es einfach in die Kommentare. Ist besser so. Und natürlich, der Rest bleibt dann noch hier stehen. Mal t durch t1,5. Wenn man den Schwachsinn jetzt hat, dann können die Physiker noch was machen. Da stehen nämlich zwei Konstanten hier. Und die Physiker hassen es, Konstanten nirgendwo stehen zu haben. Weil sie sind lang und nervig und man will sie nicht haben. Also macht man etwas Besonderes. Man schreibt das ganze Ding um und schreibt die beiden Konstanten als griechischen Buchstaben hin, wie wir es eigentlich fast immer machen, irgendwelche Konstanten als griechischen Buchstaben zusammenzufassen. Welchen Namen wir denn da heute mal? Puh, äh, ja, ähm, nehmen wir heute mal einen Namen da. Lambda hat die Zerfallskonstante. Und hier muss man darauf achten. Es ist hier keine Wellenlänge, sondern eine Zerfallskonstante. Und hinterher kommt noch ein t. Von hier oben. Das ist nämlich keine Konstante, deswegen muss das t einfach da stehen bleiben. Ich schreibe es nochmal ein bisschen weiter vor. Das t hier muss weiter vorne stehen bleiben. Und nur kurze Änderung. Man hat jetzt gesagt, Lambda ist die eine Konstante und die andere Konstante. Die andere Konstante steht hier unterm Bruchstrich. Das heißt, sie muss auch hier unterm Bruchstrich stehen. Und so hat man sein Lambda definiert, damit diese Formel hier so schön aussieht. Das hier oben sah auch nicht schlecht aus und ist vielleicht ein bisschen leichter zu überlegen. Dafür sieht das hier unten mit der E-Funktion schon auch ziemlich nobel aus. Also da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Wir haben also heute gelernt, dass es diese verschiedenen Formen, also diese Form hier unten und diese Form hier oben gibt, um eine Halbwertszeit, beziehungsweise eine Halbwertszeitenkurve in eine Formel zu packen. Weiterhin haben wir gesehen, wie das Ganze im Diagramm aussieht. Und bitte darauf achten. Diese Funktion geht weder hoch, was bei Minga Hand nicht so schön gezeichnet war, noch berührt sie jemals in ihrem ganzen Leben die X-Achse. Oder die Zeitachse in diesem Fall. Weiterhin darauf achten, es sollte sich nach jeder Halbwertszeit möglichst halbieren, eure Kurve, falls ihr die mit Hand zeichnen müsst oder so. Das ist bei mir, ich weiß nicht, glaube ich nicht ganz so schön geworden, aber ich denke mal, es ist nicht wirklich schlimm, da das hier nur ein Video ist. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, trotz dieser zeichentechnischen Schwierigkeiten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wo wir dann darüber sprechen, wie man denn so eine E-Funktion überhaupt feststellen kann. Warum sagten die einfach, ja, das ist eine E-Funktion. Da kommt ja keiner drauf. Aber doch, es gibt da eine Methode, mit der man drauf kommen kann. Aber genug gelabert. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß.